ich will wissen was da drin ist okay ganz ganz toll ich war doch gar nicht mal so schlecht beim ersten mal jetzt kacke ich so ab und komm her bleib 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 stehen so weiter geht's so kommt bitte mit komm bei fuß bei fuß warum kann der scheiß köder eigentlich über lava laufen ich mein es gibt keinen sinn er hat nicht mal schuhe an ich habe schuhe an aber ich kann nicht über über dingens laufen so da unten warst du irgendwo ne ach du scheiße nein ach du scheiße bleibt bitte mach nicht so nervös und bitte bitte chill da sind wir sicher da bleibt jetzt mal kurz nein nein und und bitte tut doch die ruhe bewahren ich meine es voll ernst chill 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 wir haben zeit wir können sowieso nicht schneller laufen wie der bildschirm holt gott super cool so wir warten jetzt diesen einen ab und rennen wenn aber diesmal nicht so schnell genauso dann baden hier leck mich am arsch stopp rüber das ist mir sicher hier drauf bleiben wir mal kurz stehen wir wollen hier runter anscheinend das kann doch keiner ahnen leute leute ernsthaft ernsthaft das ist doch scheiße das ist doch das ist doch einfach ne scheiße mehr nett wer kann das ahnen wer kann das ahnen das ist doch unfair mehr nett das ist einfach nur unfair ich krieg zu viel ich hasse es komm her du drecksköder ich hab's voll komm her hund das muss doch machbar sein ich meine da war da war es ziel da war es verfickte ziel tut mir leid wenn ich jetzt hier grad voll hier rumfluche aber es kotzt mich grad an bitte na toll na klar ficktisch spiel ficktisch mann okay wir beruhigen uns mal wieder alles ist cool wo ist er ich überlege gerade ja ich habe ja thumbnails vorbereitet für das spiel ja aber ich glaube meine thumbnails reichen nicht aus kommen mir grad so in den sinn wenn ich so lange schon brauche für die erste welt ich glaube ich muss noch neue thumbnails dann machen das ist ganz toll ich dachte ich rush hier durch so vielleicht ein paar für jede welt so es werden vielleicht so kurze level werden keine ahnung irgendwie sowas habe ich mir gedacht so kurze nette level dafür dass man 100 prozent hat nee das hier ist die hölle auf erden fick dich komm her hund lauf darüber lauf darüber so saug ein lauf und alles ist cool so wir sind schon gleich am ende jetzt kommen noch diese komischen ketten stachel dinge und da hinten dran ist quasi das ziel das muss doch machbar sein ach komm leck mich doch so ja bleib doch ja genau hinter denen ist das ziel quasi wir müssen quasi bloß jetzt da rüber rennen und stehen bleiben oh god leck mich am arsch so hund ruhe bewahren wir wollen nur die ruhe bewahren mehr nicht wuse und so ein scheiß ne so wir warten noch ein bisschen jetzt springt er runter und ich springe ab und da ist das perfekte ziel wow ok alles ist gut ich habe die erste welt geschafft quasi was für ein dreck ohne scheiß man wohners 1 komm dass wir machen die auch noch mit rein karten schnippen boah das brauche ich jetzt zur beruhigung beruhigung fick dich das spiel hat was gegen mich das ist so ey das ist so echt das spiel welt 2 ich bin so glücklich das spiel zu dürfen gut weiter geht's schloss türen terror terror wenn ich das schon höre ne das ist so alles so scheiße ey das ist doch alles so behindert ja solange das hier so ein so ein spaß bleibt wo ich bloß von a nach b springen muss dann ist das doch alles ganz simpel das kann ich sogar oh gott türen terror es gibt jetzt ein sau verhurtes labyrinth ich fluche nur rum es tut mir voll leid so oh gott das moment ok bevor ich hier irgendwelche dumme aktionen starte so was zur was zur geh weg ich mein es ernst doch so alter ich habe das gefühl ich fall gleich in die und da hinten in die lava genau ach ja ist das so spaßig das ist so toll ich schwöre dies wird kein regulärer upload geben glaube ich von diesem scheiß hier ich werde jetzt eine halbe stunde oder so aufnehmen und dann fertig dann habe ich keinen bock mehr es tut mir leid so so was gab es denn hier noch für wege ja ja ich sollte vielleicht aufhören so hektisch schnell zu spielen gerade hier in den level ist es glaube ich total checkpoint total geil ja so wie zum hektischen spiel und so ne kann ich die ihr könnt mich alle machen so ja ich treff jeden gegner wuhu i am the fucking hero ok mal gucken wo wir hinkommen was zur hölle ok ok moment das war das war saug clever na kommt ihr mal runter ja kommt ihr mal runter ja kommt ihr mal da rüber und schießt am besten nicht so viel von dem scheiß ja komm kannst du aufhören komm ihr braucht es bloß um hier hoch zu kommen hoch zu kommen nein so doch nicht genau so ähm mal gucken ob ich hier so halbwegs richtig bin ich hab keine ahnung aber da oben ist was man sollte auch treffen ok 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 ist cool total cool ok will ich da rein oder will ich da nicht rein das ist jetzt die scheiß frage ne hm ok ich glaube es ist noch nichts verloren ich glaube irgendwie sogar ich könnte richtig sein ich bin mir nicht sicher aber ich könnte ja mal Glück haben das wäre doch mal schön oder oder auch nicht oder so ein scheiß bin ich hier richtig checkpoint ok checkpoint finde ich schon mal gut ich mag checkpoints ein schlüssel schlüssel mag ich zum beispiel nicht so aber egal irgendwo hier muss der schlüssel doch sein nein hier war da da was zur hölle geht hier denn ok da oben muss ich hin auf jeden fall ähm ihr braucht den schlüssel der war doch hier unten hier irgendwo da ähm 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 moment 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 ich habe zwei Ideen ähm ne ok die Idee ist mit dem Teil hier jetzt da hoch zu fliegen das wird zwar eine witzige Sache jetzt aber das ist doch glaube ich die Lösung für unsere Probleme oder ihr musst das Ding bloß noch irgendwie unter Kontrolle kriegen hab's mir voll verkackt ne sau cool ach genau die kommt man auch einsaugen pardon da war sowas so moment ja jetzt ist wieder mit dem unter Kontrolle kriegen das das üben wir jetzt noch ein bisschen so das dürfte doch funktionieren mit ein bisschen Glück Glück ok ich muss ich muss sowieso ich muss nur da runter gut Schlüssel hab ich alles ist cool jetzt muss ich wieder da hoch irgendwie ne weil da oben war das ja irgendwo ok wir gucken einfach mal wo wir rauskommen ja ja ist ok halt die Schnauze äh Moment wir könnten mit dem Teil ja auch da hoch fliegen Moment ist es wieder da ja so komm mit mit dir will ich jetzt da hoch so nein nein danke nein oh ich flieg wieder ganz runter toll so hehehe Schutze fuck ab alter du gehst mal auf den Keks kann man sich kaputt machen daaaah so alles ist cool so nee ja oh Gott ich hoffe das war jetzt richtig ich hoffe ich muss da hin mit dem mit dem